Wenn Sie so argumentieren wollen, müssen Sie vom Griechischen ausgehen. Schauen wir uns an, was das Wort bedeutet. Sichtbare Dinge sind zeitlich begrenzt. Unsichtbare Dinge sind Aion im Gegensatz zu zeitlich begrenzt. Wenn Aion zeitlich begrenzt sein soll, wie erklären Sie dann, dass Aion für Gott verwendet wird? Ist Gott ewig oder zeitlich begrenzt? Es wird für unsere Rettung verwendet. Ist sie ewig oder zeitlich begrenzt? Hören Sie, Freunde. Man kann sogar mit dem Kontext argumentieren, aber lassen wir das. Sie sind nicht hergekommen, um etwas über Theologie zu hören. Sie sind hergekommen, um Ihre Familie vor Satan zu schützen. Nicht wahr? Lesen wir also die Geschichte weiter. Preist Gott. Schauen wir uns an, wie Abraham verhandelte. Den letzten Teil lese ich Ihnen vor. Gott sagt, soll ich es vor Abraham verbergen? Er erzählt es ihm also wie einem Freund. Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, was passiert ist. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher. Sehen Sie seine Kühnheit? Gott will, dass er kühn ist. Gott will, dass er eingreift. Eine Frage. Wenn Gott Sodom und Gomorra zerstören wollte, warum hat er es nicht einfach getan? Warum hat er einen Mann gesucht, von dem er wusste, dass er beten würde? Gott ist zwar ein Gott der Gerechtigkeit, aber er will immer, dass jemand auf der Erde betet. Denn Gott hat diese Erde dem Menschen gegeben, und gewissermaßen hat Gott im Moment nicht die volle Kontrolle über die Erde, bis Jesus wiederkommt. Hören Sie, Freunde, warum hat Gott also Abraham besucht? Warum ist er nicht einfach in die Jordan-Ebene gegangen und hat Sodom und Gomorra zerstört? Weil er will, dass wir füreinander bitten. Das erinnert mich so sehr an Jona. Jona war der widerwilligste und erfolgreichste Evangelist der Bibel. Gott sagte zu Jona, geh nach Niniveh und predige. Niniveh war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, und die Assyrer waren sehr böse. Im Britischen Museum sehen Sie Bilder von den Wänden des Assyrischen Reiches, auf denen dargestellt wird, wie man den Juden die Beine gebrochen hat. Sie zeigen die Eroberung der jüdischen Stadt Lachisch. Gott sagte, geh hin und predige, sage ihnen, dass ich Niniveh für ihre Schlechtigkeit richten werde. Doch das tat unser Freund nicht. Er ging genau in die andere Richtung, Sie kennen die Geschichte, hinunter nach Joppe. Er lief vor Gott weg. Ich sage Ihnen, wenn Sie vor Gott weglaufen, geht es nur abwärts. Er ging hinunter nach Joppe, stieg hinunter ins Boot, und vom Boot aus warfen sie ihn ins Meer. Das Meer wurde ruhig, und dann wurde er von einem Wal verschluckt. In der Geschichte der Menschheit ist es mehrmals passiert, dass jemand im Bauch eines Wals lebendig geblieben ist. Ich glaube, dass es ein Wal war. Ja, ich weiß. Pastor, in der Bibel steht, es war ein großer Fisch. Schön für Sie. Das ist meine persönliche Meinung. Das hier ist meine Kanzel, also sage ich hier meine Meinung. Okay? Es könnte irgendein Fisch gewesen sein. Darüber wollen wir nicht streiten. Darum geht es nicht in dieser Predigt. Es war ein großer Fisch. Er wurde von einem großen Fisch verschluckt. Und der große Fisch gab ihm eine Fünf-Sterne-Kabine bis nach Niniveh. Und so kam er dann am Terminal des Hafens an. Er schlitterte heraus, ganz gelb von der Magensäure, ohne Haare und Augenbrauen. Kein Haar mehr am ganzen Körper und gelb wie bei Gelbsucht. Magensäure lässt einen aussehen wie mit Gelbsucht. Und so kam er dort an, voller Zorn, und sagte zu der ganzen Stadt, in 40 Tagen zerstört Gott die Stadt, und ging weg. Ich habe die Wörter gezählt, sieben Wörter, die kürzeste Predigt, die je gehalten wurde. Auf Hebräisch, ich habe nachgeschaut, sind es fünf Wörter, 40 Tage und ihr sterbt. Gott wird euch zerstören. Und doch steht im nächsten Vers, dass die ganze Stadt Buße tat. Ich sage Ihnen, der widerwilligste Evangelist mit der kürzesten Predigt, die je einer ganzen Stadt gehalten wurde, erlebte den größten Erfolg, den er nicht einmal wollte. Er wollte nicht, dass sie gerettet werden. Er war trotzig wie ein verwöhntes Kind und setzte sich auf einen Berg, um zu sehen, ob Gott sie zerstören würde. Irgendwann wurde ihm klar, dass Gott sie nicht zerstören würde. Die 40 Tage vergingen. Gott zerstörte sie nicht, und dann beschwerte er sich bei Gott und sagte zu ihm, das aber missfiel Jonah sehr, und er wurde zornig. Und Jonah betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig, zu langmütig für mich, und von großer Gnade, und das Unheil räut dich. Ich habe lange gedacht, dass er nicht predigen wollte, weil diese Leute schlecht mit den Juden umgegangen waren. Aber nein, er wollte nicht predigen, weil er Gott kannte. Er hatte eine bessere Theologie als viele Christen, die glauben, dass Gott schnell richtet. Er sagte, ich wusste es, ich habe es gewusst. Okay, gehen wir zu Vers 3. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich eine Erweckung erlebe, als dass ich lebe. Er will es gar nicht. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Und wir alle kennen die Geschichte. Gott schützte ihn mit einer Pflanze vor der Hitze des Tages. Aber dann ließ Gott die Pflanze wieder welken, und die Sonne brannte auf ihn herunter. Er war sehr zornig. Und Gott sagte, du hast Mitleid mit dieser kleinen Pflanze. Sollte ich dann nicht Mitleid mit 120.000 Leuten haben, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können? Das ist der letzte Vers bei Jonah. So endet das Buch. So ist unser Gott. Langsam zum Zorn. Langsam. Amen? Gehen wir zurück zur Geschichte von Abraham. Abraham trat näher, das ist Kühnheit, und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Wen meint er mit den Gerechten? Hä? Lot. Ich habe es Ihnen schon gezeigt. Gehen wir noch einmal zu 2. Petrus 2. Gott rettete den gerechten Lot, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Dreimal wird er als gerecht bezeichnet. Übrigens ganz klar gerecht durch Glauben. Aber ein besiegter Gerechter. Er schaute schmutzige Fernsehsendungen. Na gut, er hatte keinen Fernseher. Er sah es sogar live. Er lebte unter ihnen. Er hatte sogar einen wichtigen Posten. Er saß am Tor von Sodom. Es war ein sehr weltliches Leben. Und doch war er gerecht. Er hatte seinen Status als Gerechter in Gottes Augen nie verloren. Das ist ein Geschenk durch den Glauben. Aber er war besiegt. Und am Ende verlor er seine ganze Familie. Das mit seinen beiden Töchtern ist noch mal was ganz anderes. Zurück zur Geschichte. Abraham sagte zu Gott, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 gerechten Willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Ganz schön kühn, nicht wahr? Der Herr sprach, hören Sie, wie der Herr denkt. Wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Dann fragt Abraham, und 45? Darauf sagt Gott, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Das ist Gottes Herz. Weiter, Abraham fragt, und 40? Ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Darauf Abraham, und wenn es 30 sind? Wenn ich 30 finde, so will ich ihnen nichts tun. Und wenn es 20 sind? Ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben. Ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Ich glaube, dass es 10 Gerechte in Singapur gibt. Ich glaube, dass es 10 Gerechte in Amerika gibt. Und 10 Gerechte in Europa. Warum hört er bei 10 auf? Ich habe doch immer gesagt, wir sollten bis auf einen heruntergehen. Lesen wir es zu Ende. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Warum gerade 10? Nun, ich habe das nächste Kapitel gelesen. Als die Engel nach Sodom kamen, sagten sie, beeil dich, schnell, verlass die Stadt, nimm mit, was du hast. Schwiegersöhne. Er hatte zwei Schwiegersöhne. Söhne. Söhne. Plural. Also mindestens zwei, nicht wahr? Und mindestens zwei Schwiegersöhne. Bedeutet, dass er auch zwei verheiratete Töchter hatte. Stimmt's? Dann hatte er noch zwei Töchter, die nie einen Mann gekannt hatten, steht in der Bibel. Das bedeutet, sie waren unverheiratet und lebten in seinem Haus. Und dann waren da noch er und seine Frau. Zählen wir also zusammen. Zwei Schwiegersöhne, verheiratet mit zwei Töchtern von Lot. Stimmt's? Dann zwei Söhne. Söhne bedeutet mindestens zwei. Plural. Also mindestens zwei Söhne. Das wären sechs. Dann zwei unverheiratete Töchter. Und dann Lot und seine Frau. Zehn. Ich denke also, dass Abraham sich etwas dabei gedacht hat, als er Zehn sagte. Er wollte, dass die ganze Familie gerettet wird. Aber nur Loths Frau und seine Töchter kamen heraus. Seine Frau, die er verlor, weil sie zögerte, und seine zwei Töchter. Lesen wir die Geschichte weiter. Und mit diesem letzten Teil will ich etwas machen, was ich sonst selten tue. Ich lasse die Geschichte für sich sprechen. Es geht um eine Familie. Und wir leben in ähnlichen Zeiten. Jesus sagt, wie es aber in den Tagen Noas war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wie es in den Tagen Loths war, so wird es auch dann sein. Lesen wir die Geschichte weiter. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Abraham saß in seinem Zelt. Lot saß im Tor von Sodom. Er war in diesem Sodom ein angesehener Mann, eine wichtige Person. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt. Er verbeugte sich nicht ganz. Er verneigte nur das Gesicht. Abraham beugte sich bis zur Erde. Abraham verbeugte sich ganz und neigte nicht nur sein Gesicht. Abraham wollte den Herrn wirklich willkommen heißen. Und er sprach. Auch Lot hat so ein Herz, wie wir gleich sehen werden, aber kein so großes wie sein Onkel. Und er sprach. Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht. Übrigens, noch mal Vers 1. Zwei Engel kamen. Der Herr selbst war nicht dabei. Der Herr kam nicht mit. Aber der Herr kam zu Abraham. Ich bete, dass Sie und ich zu solchen Christen werden. Natürlich sind wir durch Glauben gerecht. Aber ich bete, dass Gott auch bei uns zu Hause ist. Ich meine, Gott verlässt uns nie. Aber mit manchen Dingen, die wir tun, will er nichts zu tun haben. Schauen Sie her. Ich sage nicht viel dazu. Es ist selbsterklärend. Er sprach. Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Als Abraham sagte, setzt euch unter diesen Baum und ich, stimmten sie sofort zu. Aber hier sagten sie Nein. Sie wollten nicht in Loths Haus gehen. Wir wollen im Freien übernachten. Lot musste sie erst drängen. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen. Und sie aßen. Kein Kalb. Kein Blut wird vergossen. Es ist ungesäuertes Brot. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Abraham gab ihnen sowohl vergossenes Blut als auch Brot. Ich sage Ihnen etwas. Als Josef im Gefängnis war, gab es dort zwei Männer, einen Mundschenk und einen Bäcker. Der Mundschenk träumte, dass er das Blut der Trauben in den Becher des Pharao presste. Der Bäcker sagte, ich hatte auch einen Traum. Ich trug einen Korb auf dem Kopf und es waren drei Brote darin. Was bedeutet das? Hören Sie, dort wo Brot zum ersten Mal allein erwähnt wird, ist es etwas Schlechtes. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein tägliches Brot essen. Und du wirst Dornen und Disteln ernten. Als das erste Mal Wein erwähnt wird, wird Noah betrunken. Wein allein ohne Brot ist schlecht. Aber dort, wo Brot und Wein zum ersten Mal zusammen erwähnt werden, begegnete Abraham Melchisedek, der Brot und Wein brachte. Sie können also nicht nur das Leben von Jesus haben, das ungesäuerte Brot. Manche sagen, Jesus ist wunderbar. Ich glaube, dass er der großartigste Mensch war, der je gelebt hat. Aber sie sprechen nie über das Kreuz. Sie sprechen nie darüber, dass er sein Blut vergossen hat. Das ist eine gefährliche Lehre. Warum ist Lot ein besiegter Mann? Weil er das Blut nicht schätzt. Das Kreuz. Ja, er ist durch Glauben gerettet, aber nur knapp. In der Bibel steht, manche sind gerettet, aber wie durchs Feuer. Das ist seine Geschichte. Gerettet, aber wie durchs Feuer. Das Feuer kam und er kam gerade so davon. Mehr nicht. Solche Christen wollen wir nicht sein. Wir wollen starke Christen sein, die Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen wie ein Freund und die die frische Luft auf dem Berg der Gemeinschaft atmen. Hebron bedeutet Gemeinschaft. Ort der Fülle und der Freundschaft. Er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Unter Predigern der Gnade gibt es Lehren, die einfach seltsam sind. Gott stellt das Evangelium der Gnade wieder her. Aber ich denke, der Teufel ist nicht dumm. Manche dieser Gnadenprediger sind wunderbare Menschen, aber ihre Botschaft ist ganz verdreht. Kennen Sie das Lied? Du gibst lieber einen schlechten Namen? Das ist wie, du gibst Gnade einen schlechten Namen. Sie rücken die Gnade in ein schlechtes Licht. Sie sagen, dass Jesus am Kreuz nicht unsere Strafe auf sich genommen hat. Er ist nicht unter Gottes Gericht und Gottes Zorn gestorben, sondern einfach, um seine Liebe für uns zu zeigen. Das ist Gefühlsduselei. Es gibt keine Hölle. In der Bibel steht, dass es eine Hölle gibt. Was zum … Es gibt eine Hölle. Wie viel deutlicher muss Jesus denn noch werden? Er sagt, dass das Feuer in der Hölle nie erlischt und der Wurm nicht stirbt. Versuchen Sie, das mal geistlich zu deuten. Jesus sagt, es ist für immer. Keiner hat je so über die Hölle gesprochen wie Jesus. Es ist Gefühlsduselei zu sagen, Gott liebt jeden. Alle werden gerettet. Keine Strafe bedeutet, dass das Feuer ihn nie berührt hat. Passen Sie auf. Als Gott das Passalam einsetzte, sagte er in 2. Mose 12 Folgendes zu den Israeliten, bevor die Erstgeborenen durch die letzte Plage starben. 2. Mose 12 Und sie sollen das Fleisch des Passalams in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot. Das ist das sündlose, fehlerlose, vollkommene Leben von Jesus als Mensch. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen. Was heißt roh? Dass das Feuer es nicht berührt hat. Diese Prediger sagen also, ja, Jesus ist gestorben, aber so als wäre er ein Märtyrer. Das ist gefährlich, Freunde. Es ist gefährlich zu lehren, er habe nicht unsere Strafe getragen. Weiter, esst es auch nicht im Wasser gekocht. Wasser kommt ihm etwas näher. Man spürt die Hitze. Aber das Feuer berührt einen nicht. Das Fleisch des Lammes wird gekocht, aber das Feuer berührt es nicht. All das sind gefährliche Lehren, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Denken Sie daran, Gottes Gericht kam über ihn, weil er unsere Sünden trug. So sehr liebt Gott uns. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Deswegen muss er die Sünde bestrafen. Und das hat Gott gewusst. Wie kann ein gerechter und dreifach heiliger Gott sündige Menschen annehmen? Durch das Kreuz. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Als sein Sohn am Kreuz starb, nahm Gott unsere Sünden und legte sie auf Jesus. Und weil Gott die Sünde bestrafen muss, strafte er seinen Sohn für die Sünden, die er trug. Doch es waren unsere Sünden. Heute sind unsere Sünden also bestraft. Wenn Gott sie heute für die Sünden bestrafen würde, für die er schon Jesus bestraft hat, dann wäre er ungerecht. Dann wäre er nicht heilig. Dann wäre er nicht rechtschaffen. Gott hat das Ganze so arrangiert, dass er gerecht ist, indem er sie gerecht macht, wenn sie an Jesus glauben. Verstehen Sie, was ich sage? Gott hat seine Heiligkeit nicht kompromittiert. Gott hat seine Gerechtigkeit nicht klein gemacht. Nein. Seine Gerechtigkeit wird einbezogen. Seine Gerechtigkeit fordert sogar, dass Gott uns heute annimmt, wenn wir an seinen Sohn glauben, weil sein Sohn für uns gestorben ist. Pastor Prince, wollen Sie sagen, dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenkt, weil er vergesslich ist? Nein, Gott kann nichts vergessen. Aber weil Gott gerecht ist, kann er ihrer rechtlich nicht mehr gedenken. Warum? Weil er unserer Sünden vor 2000 Jahren am Körper seines Sohnes gedacht hat. Für Gott ist das Kreuz außerhalb der Zeit. Ich muss eigentlich nicht sagen vor 2000 Jahren, denn es ist außerhalb der Zeit. In der Bibel steht, dass wir einen neuen und lebendigen Weg gehen. Schlagen Sie das Wort für lebendiger Weg nach. Es bedeutet frisch geschlachteter Weg. Es ist, als wäre Jesus heute Morgen gestorben. Feiern Sie das Abendmahl so, als sei Jesus heute Morgen gestorben. Es ist ein neuer und frisch geschlachteter Weg. Hören Sie, Freunde, für Gott gibt es keine Zeit. Als Jesus am Kreuz starb, ist er in Gottes Augen an unserer Stelle gestorben. Und Gottes Gerechtigkeit dachte an alle unsere Sünden und legte sie auf Jesus. Gott ist gerecht und daher denkt er an jede Kleinigkeit. Der Mensch kann vergessen Gott nicht. Und Gott bestrafte jede einzelne Sünde am Körper von Jesus. Wenn Gott heute an die Sünde denkt, denkt er daran, dass sie bestraft ist, sodass Gott in ihrem Körper und in ihrem Leben der Sünden rechtmäßig nicht mehr gedenkt. Deswegen müssen Sie Ihre Sünden ans Kreuz bringen. Sie müssen sie ans Kreuz bringen. Gehen wir zurück zu der Geschichte. Lot brachte nur ungesäuertes Brot. Das habe ich bemerkt, als ich über diesen Vers nachgedacht habe. Ich habe noch nie jemanden darüber predigen hören. Ich dachte, er hat ihnen nur ungesäuertes Brot gegeben. Übrigens, der Mundschenk in der Geschichte von Josef presste die Trauben aus und wurde gerettet. Wer an das Blut glaubt, wird gerettet. Der Bäcker mit dem ungesäuerten Brot auf dem Kopf wurde erhängt. Das bedeutet, wenn Sie nur an das sündlose Leben von Jesus glauben, für das das Brot ein Sinnbild ist, ohne an das Kreuz zu glauben, sterben Sie und kommen in die Hölle. Nur das Kreuz kann uns retten. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und alle Leute sagen, Amen. Streichen Sie das Blut auf Ihren Sohn und auf Ihre Tochter und auf sich selbst. Das Blut schützt Sie, Freunde. Sie aßen, und dann nächster Vers. Aber ehe sie sich hinlegten, die Engel und Lot und seine Familie, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Nächster Vers. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Wie tief ist er gefallen, dass er seine zwei Töchter opfern will. Ein gerechter Mann, aber besiegt, weil er sich auf die Welt eingelassen hat. Sehen Sie, auch wenn Sie hören, wie ich Gnade lehre und darüber predige, kann es sein, dass Sie in Sünde leben. Und das ist sehr traurig. Wir hören so oft von Menschen, die von Pornografiesucht und solchen Dingen befreit worden sind. Manche sind sogar bereit, ihr Zeugnis auf Video aufzunehmen. Ich erinnere mich an einen Mann, den ich traf, als ich letztes Jahr bei Hillsong Europa war. Er erzählte, wie er befreit worden ist. Ich staune, dass Menschen bereit sind, das auf Video aufzunehmen. Befreit nach Jahren der Abhängigkeit, wenn sie das Evangelium der Gnade hören. Und dann gibt es immer jemanden, der sagt, der und der bricht die Ehe, aber wenn ich ihn frage, sagt er, dass er nicht verdammt ist, sondern unter der Gnade ist, die Pastor Prince lehrt. Für mich ist es ganz einfach. Wenn er unter der Gnade ist, hat die Sünde keine Herrschaft mehr über ihn. In der Bibel heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Aber das sind die Dinge, die der Teufel gern hervorhebt, um die Gnade herunterzumachen oder in ein schlechtes Licht zu rücken. Und dann wollen die Leute nicht mehr die Tausende und Abertausende von Zeugnissen hören. Ich habe gerade vier Zeugnisse in meiner Bibel, die ich lesen will. Und diese vier sind nur ein kleiner Teil von dem, was uns erreicht. Ich habe nicht einmal die Zeit, sie zu lesen. Aber die Leute zeigen auf die eine Person. Wenn Sie sündigen wollen, dann ziehen Sie die Gnade nicht mit hinein, okay? Seien Sie ein Mann. Übernehmen Sie die Verantwortung. Der Teufel will den Menschen die Wahrheit rauben. Denken Sie darüber nach, was das bedeutet, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wenn die Sünde über sie herrscht, sind sie noch nicht unter der Gnade. Dann ist etwas verkehrt. Eine Schraube locker. Ich sage immer, wenn Sie die Ehe brechen, dann verdammen Sie sich selbst. Es ist nicht das, woran diese Gemeinde glaubt. Ich verdamme nicht Sie, sondern Ihr Handeln. Und ich bete dafür, dass Sie aufwachen und diese Gnade verlassen und zu Ihrer Frau zurückgehen. Denn falls Sie denken, diese Gnade etwas Neues, wenn Sie diese Gnade geheiratet haben, wird sie genau wie Ihre Frau. Oder noch schlimmer. Meistens wird es schlimmer. Und was machen Sie dann? Eine neue Schnecke suchen? Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Dachs gekommen. Lot sagte ihnen also, tut ihnen nichts. Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst! Und sie sagten, der ist der einzige Fremdding hier und will den Richter spielen. Sehen Sie, wie diese Leute reden? Sie sagen immer, dass wir sie verurteilen. Er will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer, die Engel, ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemanden hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Nächster Vers. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, mindestens zwei, die seine Töchter nehmen sollten, das sind vier, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Das geschieht, wenn man sich mit der Welt vermischt, redet wie sie, mit ihnen trinkt, sich wie sie verhält und ihre Sprache spricht. Wenn man dann über das kommende Gericht redet, schauen sie einen an und sagen, blöder Witz. Dann haben sie ihre Glaubwürdigkeit, ihr Gewicht und ihre Würde verloren. Sie haben ihren Einfluss auf sie verloren. Weiter. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot. Das Traurige ist, es ist die eigene Familie. Wenn man ernsthaft mit ihnen über Gott reden will, schauen sie einen an und sagen, das sagt der Richtige. Das ist traurig. Warten wir nicht, bis es soweit ist. In der nächsten Sendung. Eltern, ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich werde Ihnen jetzt ein Geschenk geben. Gott hat sie zum König und Priester in ihrem Haus gemacht. Und deswegen müssen sie nie laut werden. Sie müssen einfach sagen, wenn du das tust, dann wirst du so enden. Ich glaube, dass das die beste Entscheidung für dich wäre. Der Herr liebt dich. Reden Sie einfach ganz normal und ruhig und vertrauen Sie darauf, dass Gott Ihren Worten Gewicht verleiht. Auf der anderen Seite steht der Teufel und sagt, nein, deine Eltern wollen dich nur einengen. Die Freunde sagen, ach, komm schon, mach mit. Aber all diese Worte werden verheilen. Eltern, vertrauen Sie darauf, aber machen Sie den Mund auf. Setzen Sie ihnen Grenzen, wenn es nötig ist. Sagen Sie ihnen, was gut ist. Verlieren Sie nicht die Kontrolle, so dass Sie herumschreien. Dann verlieren Sie Macht. Sprechen Sie normal. Wenn Sie schreiben müssen, vertrauen Sie darauf, dass Gott Ihrer Nachricht Gewicht verleiht. Gott ist auf Ihrer Seite.